Ja, ein User wollte unbedingt, dass ich mal ein bisschen Rune voll Stärke mache. Ja, lieber Finn Jade Dingler, hier hast du dein Ding. So, ich muss jetzt einfach nur die Rune umändern. Ja, ich weiß, eigentlich sollte er erst der Part 40 kommen, also plus Game, nur Game plus 40, aber egal, weil er meinte so, ey, du bist doch müde, wie sonst was, kannst du mal gleich eine Challenge machen. Und die Challenge habe ich gesagt, sehr gerne angenommen, bloß ich weiß nicht, wie ich Alexander besiegen soll. Alle anderen wäre kein Thema und ja, nehme ich überhaupt auf, ne, bevor wir das machen. Ja, genau, wunderbar, gut. Ähm, könnte sein, dass der Part jetzt ein bisschen länger dauert, dafür kommt kein plus 40 Run oder irgendwas in der Art. Ich muss mal gucken, wie lange es dauert, weil ihr seid echt verrückt. So, ich muss nur schnell... Was ist das für Lüge? Boah! Junge! Och, haben wir gleich den ersten Bus gefunden, wunderbar. Gut, vergisst du, was ich geschrien habe, die Gegner sind auf Level 3200 plus 3300 oder irgendeine Art. Halber erster Boss. Ich seid verrückt! Oh ja. So, gut. 3.223 Levels, ey. Und ja, der hat mich fast gemonhitted. So, okay. Hab ja gar nichts vergessen, dass er eine Anime-Z hat. Also muss ich dann nämlich rechtseitig noch so in Deckung gehen gleich. Aber ich wundere mich nicht, dass ich so weit den Boss gefunden habe, aber egal. Hälfte noch. Oh, noch ungefähr Hälfte mal, ne? Und das ist nicht gut. So, stört man bitte. Oh Gott, das dauert das lange, ey. Kein Speedwandel. Kein Speedwandel. Tidestopper ist einfach überpowered, ey, mit Chakram zusammen. So, wunderbar. Ach, geht automatisch weg, gut. Und somit haben wir den ersten Boss besiegt. Yeah. Oh mein Gott. Was kriegen wir? HP plus 10 und Gewicht plus 5, was keiner Mensch braucht. Super. Oh ja. Oh, ist das verdummt. Ja, danke sehr. Ne Assassine. Auf jeden Fall. Erstmal Bosse finden. Erstmal. Das ist das Wichtige überhaupt. wie ich finde. Erstmal alle Bosse finden. Bei New Game. Ähm, ja. Wie ihr seht, ich hab hier die Runen jetzt auf, äh, full Stärke. So. Wie sieht da die Karte aus? Nicht sehr gut. Oh, das ist verdummt. So, wir gehen mal nach oben. Vielleicht kriegen wir schon den Meier. Nein. Wir gehen trotzdem mal nach oben. Wir gehen weiter nach oben. Erstmal. Wie gesagt, ich suche erstmal die Bosse ab. Weil alles andere wäre, ähm, sinnlos. Hallo, Maja. Das ist schon mal schön, dass ich dich schon mal hier finde. So. So, ein bisschen MP sparen. Hallo, Mr. Potray. Ja, gehe ich nicht hin. Da gehe ich aber hin. So. Oh, hallo, Brotig. Oh Gott. Du bist zu stark. Nee, kann ich nicht. Dumm. So. Ah. Oh, wirklich. Wirklich. Oh, wirklich. Oh, damn it. Oh, nee. Oh, komm. Take no damage. Okay. Yeah, es klappt doch. Wunderbar. Happy plus 5. Wunderbar. Wusch. So. Runter, runter. Okay. Kann ja nicht zu schwierig sein, nach unten zu gehen. Och, ach, komm. So, gehen wir mal schnell den ganzen Weg wieder zurück. Wir sind auf der falsche Weg zurück. Hallo, Potray. Ich kenne mal doch gar nicht. Na. Ah. Ah. So, ist besser. Da ist der Boss. Ja, sag ich doch. Ah, ich bin nicht gut. Ich bin gut. Ich bin gut. Ja. Ja, das, das ist der einzige Vorteil, wenn man auf fulle Stärke macht, ähm, man kriegt Geld und Moss. So, haben wir, glaube ich, alles abgesucht schon, ne? Ja, wir haben die ganze Maier abgesucht. Das ist sehr schön. Oder nicht ganz abgesucht, aber egal. Ah, ich möchte jetzt, ähm, zum Wald hin. Ah, da haben wir schon einen Waldgut. War gerade überlegen. Hä? Ich soll mal an die Kiste kommen, aber da muss man mit das Werk hin. Oh Gott, ey. Ich stelle mich gar nicht so dumm an, eigentlich, ne? Hey, der Spieler hat doch mal Skill und so ungefähr, ne? Oh, schnell. Durch! Oh, jetzt war mir so klar, dass es in der Zackkasse ist. Oh, das war dumm. Oh, das war noch mehr dumm. Egal. Ja, ich krieg mal nochmal ne Assassine. Spaceword. Arsematch. Nein, noch nicht, bitte. Spelonka. Paladin. Barbarian King. Nehmen wir den erstmal. Messers ist okay. Oh, ich hab hier jetzt nie beklopft, was da seine Schwäche ist. Aber das ist neu als KG. So, fullst... Oh, boah. Fullstärke, ey. Ich vergesse das gerade mal wieder. So. Wie gesagt, erstmal Bosse finden. Oh ja. Mehr Fähigkeit einsetzen wäre auch mal nicht nett, ne? Nicht nett. Balabu. Oh ja. Fotzen tut auch gut. Chakram auf jeden Fall ist besser als die Schwerter. Oh, shit. Balabu. 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 Oh ja. Oh ja. Schadensfressen leckte Boss. Aber ich bin zu Glück mit Barbaren. Das ist ja sehr schön. So. Oh Gott. Wie soll ich da jetzt runterkommen? Ich hab gesehen. Oh, komm. Oh, das war dumm. Man kann es so schlecht sehen bei diesem Neues-Anteck. Aber ich bin weit gekommen. Das muss ja gereicht haben. Oh ja. Sehr schwer. Da kann man gleich mal kommen. Man sieht seine HP nicht. Aber das ist ja egal. Weil ich ja... Gleich eh sterben werde. So, dann machen wir ja kurz mal diese eine Stelle hier. Und... Gib mir Gold. Gold. Danke sehr. So, wo konnte der Boss sein? Eigentlich könnte er nur unten sein. Oh ja. So, einfach nur schnell dahin. Oh. Oder vergisst du, was ich gesagt habe von unten. Dann gehe ich lieber einen anderen Weg erst mal. So. Da geht er gar nicht weiter. So, dann muss ich wieder den ganzen Weg zurückgehen. Oh, shit. Oh, ich sehe nichts mehr. Zum Glück gibt es hier die Assassine-Fähigkeit. Und schnell da unten durch. Irgendwie kommen. Reicht meine MP aus? Ja. Was? Nein. Danke. So, dann haben wir ja schon mal diesen Boss gefunden. Was schon mal sehr gut ist. Danke sehr. So, dann füllen wir uns ganz schnell die MP wieder auf. Junge, Junge. Finn, jeig. Äh, ich... Raste noch aus wegen dir. Aber egal. Das ist ein Shalice. Das habe ich ganz gerne angenommen jetzt. Und dann schmier ich das ja jetzt auch mal zu Ende. So, hoffentlich kriege ich nochmal eine Assassine irgendwann mal. So. Ich möchte jetzt zum The Land of Darkness. Da haben wir es auch schon gleich. Das ist sehr schön. Hallo, ihr. So, der Boss muss eigentlich links sein. Oh, ne. Okay. Dann ihr. Nee, ich... Oh, ne hier unten vielleicht. Oh, ich renne auch rein, ey. Oh, das Dummheit muss wehtun. Da haben wir nochmal eine Assassine. Danke sehr. Das war dumm. Das war einfach nur dumm gewesen von mir. So. Boah, Alter. Ich weiß nicht, wie lange ich aufnehme. Aber ich bin... Auf jeden Fall wird das mehrere Parts geben. So viel steht schon mal fest. Nee, da mach ich nicht. Hallo, Kiste. Ja, gut nur Geld. Für Leute, die, ähm... Geldmangel haben, ne? Ruhig auf Gegner auf Stärke full machen. Oh, wunderbar. Verteidigung plus zwei. Was ist denn? Wo ist es genau unter mir? Das war knapp. So. Ich möchte schnell... ...zu den Boss hin. Da. Oh, ey. Ich nehm auch... ...ausgerechnet immer den falschen Weg. Ich hoffe, die MP reichen bis dahin. Sonst wird's böse, böse. Ah, wunderbar. Gut. Ah, den... Ne, den mach ich nicht, ey. Könnt ihr vergessen momentan. Ohne Spaceflight mach ich den Gegner nicht. So, erstmal MP aufladen. Bevor das ist wie Assassina, weil es ganz nett ist, gegen Ponce de Longs anzutreten. Also besser, als wenn man noch, ähm, als, ähm, als Zwerg dagegen antreten tut. So, ich lade mein MP wieder auf. Ich lade sails ja alle Ponce de Longs anzutreten. Na, guck mal her. Na, ich lade dir. Oh, ist das hier wirklich verrückt, ey. Oh. Das war dumm. Boah, wie viel Schaden, ey. Komm her, ey, ey. Komm her, ey, ey. Ich bin abgerutscht. Sog ich, Death Divide. Ah, das ist doch dumm. Ah, shit. Egal. Ja, vielleicht bin ich anders als eine Barbaren zu nehmen. Mit Annisi. Oh, Gott. Ey, du hast den ersten Gegner in den ersten drei Minuten gesiegt. Was ist jetzt? 18 Minuten, 19 Minuten, du hast keinen zweiten Gegner besiegt. Ja. Legt an, was ich auch gerade ein bisschen gefällt habe. Oh, ja. Richtig. Oh, ey. Komm. Da rein mit dir. Das ist jetzt ein bisschen angenehmer, weil ich ja immer dieses Schreiattacke habe. Da kann ich hier einfach mal alles mal wegmachen. Du kommst mir auch gerade ein bisschen zu doof an. Oh, ja. Oh, yeah. Ah. Wie gesagt, die Hitboxen sind ein bisschen anders geworden bei jedem plus nur Game. Das merkt man so ein bisschen, wenn man öfters mal gespielt hat. Naja. Ja, mach doch länger. Ach. 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 Ach, ach, ach. Ja, die Frage ist nur, ob das Ding es auch hat, ne? Timistorper. Nee, hat es nicht. Scheiße. Eine Runde sterben, bitte. Ah, sterbt man ruhig. Danke sehr. Ach, komm, ey. Dann will ich einmal sterben jetzt. Und was passiert? Ich kann nicht sterben. Danke sehr. Spelunker, Spelunker. Space Ward mit Bordness. Schack haben wir ja nicht schlecht. Och, Mann, ey. Kein Glück. Komm mal her, Ruka, ich kann es auch gleich mal sterben, ist glücklich. So, nutzt du es die Klasse? Klasse. Ja, ist ein Oberborderte, Klasse ist immer noch das Restwort, wie ich finde. Und danach der, ähm, Ars Match. Ähm. Danke sehr. Dieses Death Divide, das ist so nervig. Wenn du sagen willst, ich will jetzt sterben, dann kommt immer wieder Death Divide. Ja. Alter, das Spiel, kannst du meine Gedanken, ähm, meine Stimme hören, oder wie? Wenn ich sage, ich möchte sterben, dann möchte ich sterben und ich, ähm, die ganze Zeit noch, äh, letzter Atemzug da, äh, wir sind nicht bei Fallen 47. Ich bin nicht gut, Arsch Match, nein, wechseln, noch beibegehen, äh, äh, oh, flammen, das könnte uns bisschen behelflich sein. Ich probiere mal kurz den Boss da aus, ey, den vierten Boss. Weil das könnte uns nützlich werden. Ich brauche Sway-Sword oder irgendetwas der Naht. So weiter kann ich nicht kommen. Das ist das Problem. Oh, jetzt habe ich es noch liegen genommen. Ja, ja. Ihr macht ja auch keine halben Sachen hier. Oh ja. Oh, das war dumm. Ja, das war dumm. Oh, schön, dass es mir Geld bringt, aber das Geld brauche ich nicht mehr. Oh ja, komm. So, aber mit Sway-Sword ist ja alles nur ein bisschen einfacher. Ja, nehmen wir mal den hier. Dann versuchen wir einfach mal mit dem hier erstmal. Sollte eigentlich machbar sein, aber gegen Ponce de Long will ich nicht antreten. Na ja, das hat doch nicht Chakram. Dann würde ich sagen, hier Alexander oder sowas in der Art oder Ponce de Long. Komm her, komm her, komm her, komm her. Oh ja. Oh ja. Oh, ey, komm. Hast du was Gutes, bitte? Ja, danke sehr. Ja. Ich hoffe, Alexander reicht es damit, ihn zu besiegen. Ich hoffe es. Wenn nicht, dann habe ich ein Problem. Kein kleines, aber ein großes. Ich weiß, dass es knapp ist. Also an Pixeln arbeiten wir nach vorne und ich bin tot. Das geht doch einfach, als ich dachte, muss ich schon sagen. MP-Anzeige seid noch gut aus, 1800 MP noch, ist alles in Ordnung. Ich weiß, ich liebe den Bug, ich liebe den Bug, Dami, Chakram und Timestopper. So, nach knappen 25 Minuten später habe ich den zweiten Boss besiegt. Ich darf echt nicht hochschwingen gleich. Es ist wirklich Pixel-Arbeit, was ich hier mache. Danke sehr. So, geht mir noch ein bisschen MP wieder zurück. 12 MP, ist es in Ordnung. Ich liebe den Time-Stopper-Bug, wenn ich Alexander besiege. Oh, schau auf. Stärkung plus 1, verteidigung plus 2 und HP plus 5. Voll der HP-Run eigentlich, ne? So, ich weiß, dass es kein Speed-Run wird. Nein, da brauchst du nicht so schreiben. Äh, da hin. So, einmal noch. Ah, Porzellons dran. Oh ja, oh ja, oh ja. Ich liebe es. Oh, verpasst. Nein, ich habe das verpasst. Oh, bin ich dumm, ey. Fuck. Sagen, kann ich sofort sterben, bitte? Ah, ist das dumm. Das war gerade dumm, ey. Ich könnte mich gerade selbst hassen. Das war richtig dumm von mir. Ah ja, du kannst ja nur fliegen. Danke sehr. Danke sehr. Oh Mann, komm, Leute. Äh, gib mal was ich möchte. Das ist ein Time-Stopper. Aber ich will, äh, Porzellons nicht so schlagen können. Das ist mir schon klar. Aber ich könnte mal einen Versuch abgeben. Weil, ähm, Exe bringen nix mit Time-Stopper, ähm, weil die irgendwann trotzdem noch durchfallen. Ähm, der hat so viel wie gar nix. Und, ja. Pontion in schwarz-weiß. Ey, guck, ich mach's so wie n Schaden. Nee, guck mal, ich hab schon Hälfte down, ey, fast. Nee. Nee. Wie ihr gesehen habt, äh, geht das einfach so durch. Mehr Crit, bitte. Also, wenn es 40 oder 1 Stunde Part ist, dann wird das aufgespielt. Ohne Zeitung würde ich ihn nicht besiegen können. Nee, nee, nee. Fällt mir einfach an, NP. Nee, 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 nee. Wie bin ich das denn grad ausgeglichen? Das war dumm. Boah, ich kann nix sehen, schwarz-weiß ist nicht so wirklich mein Ding. Ah, shit! Pixel-Arbeit. Was ist hier? Oh, man! Und das, das hasse ich hier. Solche Wands, manchmal echt, das kommen keine guten Dinge. Und das ist echt nervig. So, da kannst du ja gerade mal freundlich mal sterben. Ich hasse es. Warte mal, es gab doch noch so einen Raum. Warum? Ach, da oben, er ist näher. Ich meine wenigstens, die sind eine Kiste, Verkiste da. Ach, das ist hier ne... Mann, war das Video wohl scheiße gewesen. Kann man erst keinen Kuh-Hauptier geben, ey. Einmal sterben, bitte mal wieder. Danke sehr. Wunderbar. Wunderbar. Also in jeden Fall, wenn ich alles, ähm, Dings sehe, dann nehme ich auf jeden Fall Dings. Äh, ich meine die Assassine. Komm. Komm. Danke sehr. Hm, Agentismus. Könnte ein Problem werden. Aber das ist mir egal. Hauptsache, ich hab einen scheiß Gegner mal gesiegt irgendwann mal. Aber ich könnte auch gegen ihre Doktors kämpfen. Das wäre auch interessanter. Ich glaube, für den Dings muss ein bisschen besser. Aber ich probiere jetzt noch einmal gegen ihn aus und dann muss ich gucken. Dann ist der Vorteil, wenn man groß ist, man... Hey, warum genau in diesem Zeitpunkt, wo ich runtergehen wollte, FBS-Anflüche gehabt. Dann ist er gesprungen. Ja, komm mal her, du scheiß Gegner. Wie gesagt, ey. Na, komm mal her, her. Hier unten bin ich. Also, der Nebel ist echt schlimm, wie ich finde. Das ist schon wieder FBS-Anbrüche. Ich hab einfach mal so kurz das Stocken. Jetzt schon wieder. Ja. 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 Also, die S4S-Einbrüche sind jetzt gerade ein bisschen unpassend. Ja. 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 Oh, besiegt. Ich fasse es nicht. Heilige Scheiße. Oh, ne, Leute. Stärkungsweise MP plus 5 und Magie Damage um 1. Ey, dann Leute. Drei Bosse in 40 Minuten. Okay. Besserwisser unter euch. 41, 40 oder ungefähr. Oh, ne, ich hasse euch. Dann soll dann eine große Let's Player das auch mal machen. Aber richtig. Die brauchen zu lange für ein Part, ähm, wie ein New Game oder so was. Brauchen die einfach zu lang. Meine Meinung danach, aber du kennst das Spiel schon seit jetzt 36 Stunden. Äh, ja, ich weiß, aber ich gucke mal ganz kurz nach, ob ich noch weiterhin aufnehme, weil ich hatte ja nicht so viel festbleiben. Ich weiß, ja, ich brauche noch neue Externe. Richtig. Ähm, es gletschig einfach mal da durch, obwohl ich nicht runtergedrückt habe. Oh, 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 hallo, du, ey. Boah, na. Das wird die Hölle, ey. Gegen ihn. Ohne Spaceford bin ich aufgeschmissen. Ohne ich mach wirklich einzeln. Ohne ich mach wirklich einzeln. mal irgendwas klein machen. Oder die machen mich klein. Wow. Komm mal, geh mal weg, bitte. So, danke sehr. Oh, der HP. Das bringt mir auch so viel hier. So. Larmzorn und Vorsicht, ich like the Ninja, ne? Ah. Larmzorn und Vorsicht, einfach mal in den Terraria-Schleimbeinen springen. Paladin, nein. Pelonka, nein. Dragon, nein. Archmels könnte uns ein bisschen wehfähig sein. Nur, wenn er Spacesword wäre. Goddammit, ey. Freakend Jesus. Jesus Christ, ey. Was hat Jesus damit zu tun? Ich hab keine Ahnung. Oh. So, mach ich dich erstmal klein. Obwohl es ein Archmett ist, macht er so derbe wenig Damage mit Magier tanken. Oh ja. Finden wir gleich oben. Danke sehr. Oh ey, das ist eine Runde, wo du vergessen kannst eigentlich, so eine Runde aufzunehmen. Weil du kriegst nicht das, was du haben möchtest gerade. Und das ist einfach zu kotzen. Und Lichkind, er ist nur overpowered in den ersten drei New Games Runs und das war's dann eigentlich. Ist das eigentlich schon der New Game plus zwei Run eigentlich schon auf nicht belästigt gestellt? Bei mir ist es immer noch nicht dieses Kreisen da. Oh, danke sehr. Das ist doch... Das wird nicht, ey. Das ist kein guter Run. Das ist nicht wegen des Shadows, aber es ist halt einfach... Ich krieg die Sachen einfach nicht, was ich haben möchte. Und das ist das Problem. Oh ja, genau. Bloßlich, äh... Knock-break, äh... Knock-break, äh... Knock-back kriegen, äh... Wo ist nicht. Genau, da haben wir schon. Heide, wie scheiße ist es immer noch das, ey. Also wenn der Shadows... Ähm... Weiß nicht, wenn das noch weitergeht, ähm... Bin ich bezwungen, vielleicht ein, zwei Runden auf Gegner runterzuschwächen. Oh, ich weiß nicht, ich möchte auch nicht so lange daran. Ist jetzt ganz entschieden oder irgend sowas in der Art, aber ich hab gezeigt, dass ich eigentlich das auch kann. Fuck yous und so weiter und so fort, ne? Like the bro, hier, ne? Ja, genau. Ja, genau. Oh ja, ich glaube, ich mache erstmal euch. Nein. So. 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 So, erstmal einzeln machen. Oder versuchen einzeln zu machen. Von. Okay. Jetzt geht's nicht. So. Okay. So. 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 Mit System zum Erfolg, glaube ich. Und auch nicht. Nein! 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 Man, es war so gut gerade gewesen. Vielleicht hätte ich erst mal die kleinen erstmals zerstören sollen. Ja, mhm, 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 Hitboxen. Danke sehr. So, machen wir das halt mal ein bisschen so, ne? Ja, gerade Essen gekommen. Mal den hier. Einen können wir auch Schärme lassen, ne? Läuft sicher nicht. Stimmt. Gut. Dann höre ich jetzt mal auf von Scots. Die nehmen wir schon mal in diesen Charakteren mal. Oh dear. Das ist ja lustig. Gut. Und man sieht sich demnächst wieder. Bis gleich. Bye. Bye. Vielen Dank.